So Leute, dann sind wir beim nächsten Opening von einem Secret Lair, Ariston's Thirst, ein Vampir-Secret Lair mit einer geilen, geilen Kombo drin. Und wie die letzten auch, wie die gesamten Dungeon & Dragons Secret Lair, die in dieser Valve rausgekommen sind, wurde mir das zur Verfügung gestellt von dem lieben Davide oder dem lieben Michi. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer von beiden mir was zur Verfügung stellt, deswegen danke ich einfach immer beiden. Ich habe beiden sowieso viel zu verdanken, dementsprechend danke an beide. Und ja, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Secret Lair von Dungeon & Dragons waren teilweise sehr cool. Alle irgendwie nice in ihrer Art und Weise, weil eben sehr viel Liebe da auch mit drinsteckt und Dungeon & Dragons und Magic the Gathering nun mal miteinander verwoben ist. Das wissen ja wenige Leute mittlerweile, aber es ist miteinander verwoben, deswegen passt das auch ganz gut. It's not you, you understand, it's me, I have standards. Wow, es geht, du bist nicht schuld. Ich bin schuld, weil ich Standards habe. Okay, krass. Aber ja, so kennen wir ihn, unseren Lieblingsvampir aus dem Dungeon & Dragons Universum. Zumindest von manchen Leuten, nicht von allen. Aber bevor ich jetzt Daumen hoch bekomme, sage ich besser nichts. Wir gucken uns heute Astarion, The Descendant an. Keep your distance, darling. Ist ein Reprint, Elf Vampire Rogue. Aber ein sehr hübscher Reprint. Und die Karten hier drin mit Exquisite Blood ist eine Kombo. Let's make ourselves comfortable, shall we? Und Sanguine Blood. Careful, I bite. Ist eine sehr, sehr, sehr starke Kombo. Weil immer wenn wir Leben bekommen, verliert ein Gegner unserer Wahl so viel Leben. Verliert so viel Leben. Und immer wenn der Gegner so viel Leben verliert, bekommen wir so viel Leben. Das ist Infinite. Wenn ihr diese beiden Karten draußen liegen habt, habt ihr eine Kombo. Und das finde ich ziemlich crazy, dass sie eine Kombo in einen Secret Layer reingeprintet haben. Das finde ich crazy. Das ist auch so noch nicht passiert. Finde ich aber nice, allein vom Gedanken her. Weil wenn Leute diese Kombo spielen wollen im Commander, dann wäre es ja voll cool, wenn sie das zusammen kaufen könnten. Und das zusammenpasst. Wie das hier ja auch tut. Ja? Es ist, ja. Das wäre natürlich nice. Dann haben wir Anguished Unmaking. Drei Mana Instant. Wir exzellen ein Nichtland-Permanente. Und wir verlieren drei Leben. I don't know. I'm sure a vampire spawn could still rip out your throat. Okay. Das ist richtig. Da war er noch im Vampire-Spawn. Stimmt. Dann haben wir Mortify. Drei Mana Inseln wird zerstörende Kreaturen. Enchantment. Can you feel the cold grip? Oh Gott. So coole Artworks. Und unsere Hidden-Karte ist Xorn. Drei Mana 3.2. Wenn man ein oder mehr Treasure-Token macht, macht man stattdessen einen zusätzlichen Treasure-Token. Sehr cool. Ich habe jetzt auch festgestellt mittlerweile, da hätte auch im Ninsken Poo dahinter sein können. Der wäre richtig viel Geld wert. Tut mir leid, dass er nicht dahinter ist. Und bei der anderen auch nicht dahinter war. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Aber kann ich auch nichts für. Danke Wizards. Danke Wizards. Ja, das ist das Secret-Layer von Astarion mit Combo drin. Sehr, sehr gutes Secret-Layer. Tatsächlich durch die Combo alleine schon worth it für manche Leute, die das Ganze spielen wollen. Und es ist halt schwarz-weiß gehalten, was für Vampire aktuell auch tatsächlich relevant und interessant sein kann. Deswegen ja. Vielen, vielen Dank, dass ich es aufmachen durfte. Und an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank an meine Patrons. Und an meine YouTube-Memberships. Ihr helft mir, ungemein durch den Monat zu kommen und coole Videos für euch zu produzieren. Das ist wirklich, wirklich, wirklich hilfreich. Und ja, ab drei Euro kann man mich unterstützen, monetär. Und das hilft mir wirklich, wirklich, wirklich viel. Ab einem gewissen Betrag wird man dann ja auch im Bildschirm angezeigt. Und ab einem gewissen Betrag bekommt man was zugeschickt. Ihr kennt das Ganze. Ich habe es schon mehrfach gesagt. Vielleicht überlegt ihr euch oder vielleicht hat eure Situation sich ja verändert, sodass ihr mich unterstützen könnt oder wollt. Und ja, wenn ja, schaut mal unten in der Videobeschreibung, sind alle Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Und wenn ihr das nicht könnt oder wollt, gar kein Problem. Daumen nach oben, abonnieren, liken. Das ist das, was ihr tun könnt, was nichts kostet. Und was mir auch sehr, sehr, sehr hilft. Deswegen vielen, vielen Dank an die Leute, die es tun. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschau, tschau.